Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Leute da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch. Heute mit mir ist der gute Werner. Hallo. Der gute Patrick. Hi. Und meine Wenigkeit, der gute Kenny P. Und wir möchten heute über das Franchise Cloverfield sprechen. Oder über die Filme, die es da gibt. Es gibt nämlich drei verschiedene. Nummer 1, Cloverfield aus dem Jahr 2008. Dann 10 Cloverfield Lane aus dem Jahr 2016. Und Cloverfield Paradox aus dem Jahr 2018. Diese Filme sind alle sehr unterschiedlich. Hängen aber zusammen. Und wir wollen heute über diese gesamten Filme sprechen. Und wie die alle zusammenhängen. Und wir fangen natürlich erst mal mit dem ersten Film an. Und zwar Cloverfield. Wie gesagt, aus dem Jahr 2008. Und ihr dürft Lust legen. Ja, also im ersten Cloverfield Film geht es einfach darum, dass Rob eine kleine Abschiedsparty geschenkt bekommt. So zur Überraschung. Weil er nach Japan geht, aus beruflichen Gründen. Und plötzlich gibt es eine riesen Erschütterung, riesen Chaos in der Stadt. Und man weiß nicht so recht, was da los ist. Und dann beginnt das Chaos, kann man quasi sagen, sowohl für ihn als auch für den Zuschauer. Ja, einfach zusammengefasst. Ja, genau. Marc, kurze Information. Warum macht Rob diese Abschiedsparty? Was ist da genau der Hintergrund? Wisst ihr das? Ich hoffe ja. Ihr habt den Film hoffentlich gesehen. Ja, ja, haben wir. Ich habe ja gesagt, aus beruflichen Gründen geht er nach Japan. Und das ist ja Abschiedsfeier von ihm. Er will auf diese Firma hinaus, die mit all dem irgendwie ein bisschen verflochten ist. Ich dachte, das hebt man unter auf. Diese Slushy-Firma, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das muss in der Tochterfirma davon sein. Aber da trifft natürlich das zu schnell ab. Es geht darum, dass er zu einer japanischen Firma geht, die für diesen ganzen Schlamass scheinbar verantwortlich ist. Und das ist wichtig. Und er wird da irgendwie stellvertretender Vorsitzender, ganz großer Business-Posten oder so. Und deswegen muss er nach Japan. So, aber das ist erst mal jetzt nicht mehr so wichtig. Denn es geht in der Handlung erst mal nur, am Anfang nur um Menschliches. Nicht wahr? Man weiß zwar, okay, es ist ein Actionfilm. Aber am Anfang, die ersten so 20 Minuten, sind erst mal nur ziemlich menschlich. Und wie so eine Folge GZS-Set, würde ich ja behaupten. Nur, dass man hier so ein paar Darsteller hat, die danach noch eine größere Karriere haben sollten. Und wahrscheinlich auch entsprechend ein wenig talentierter sind. Also wir haben hier TJ Miller, Lizzie Kaplan, Jessica Lucas. Sind schon ein paar, die danach noch eine Karriere in Hollywood hatten. Okay, was ist noch besonders an der Film? Ich finde diese Kameraführung. Wir reden vom Jahr 2008. Da gab es noch keine Smartphones. Die kamen dann erst kurz danach. Das heißt, auch im Film sieht man das. Überall gibt es noch die ganzen normalen Clubhandys, die zu dem Zeitpunkt noch in waren. Und das Ganze wird ja in einer Handkamera-Perspektive gemacht. Ähnlich wie bei Blair Witch Project. Und das ist wichtig, denn das gibt diesem Film den Flair, dass es echt ist. Das ist ja auch eigentlich die Grundbasis. Am Anfang des Films sieht man ja so ein paar, so ein Testbild bei Videokameras, wo es da hieß, ja, Beweismittel, Nummer so und so und so, für den Fall so und so und so. Das alles, was da auf dem Film zu sehen ist, passiert in der Region von New York, ehemals genannt beim Central Park. Der jetzt scheinbar nicht mehr so heißt, weil da was passiert ist. Und dann geht das plötzlich los. Und da sieht man quasi eine Videoaufnahme von einem Menschen, der quasi wie so eine Amateur, eine ganz normale Amateurkamera, sein Leben so filmt, was da gerade passiert. Und das Ganze hat auch verschiedene Daten. Das heißt, das erste Mal fängt es irgendwie an am 23. April. Dann gibt es irgendwie einen Cut zum 11. Mai, wo dann diese Abschiedsfeier ist. Und das, was dann im April passiert zum Beispiel, hängt damit zusammen, was dann später passiert. Das ist so diese zwischenmenschliche Sache. Und das ist quasi die Feier. Und einer von den Freunden von Rob bekommt die Aufgabe, auf der Feier alle Leute zu filmen, die quasi noch ein Abschiedswort zu ihm sprechen sollen. Im Sinne von, ja, wir haben dich so lieb, wir freuen uns für dich, dass du nach Japan gehst, aber komm schnell wieder und bla 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 bla. Und genau dann passiert diese Katastrophe. Und das Ganze ist quasi eine Live-Dokumentation, ein Beweismaterial, was da wirklich gerade passiert ist. Ja. Das macht es so besonders, denn man fühlt sich wirklich mittendrin. Absolut. Das ist nicht so inszeniert, sondern man fühlt sich dabei jetzt auch, dass gerade wirklich alles passiert ist. Die Inszenierung ist der totale Hammer. Also sowohl, was den Kamerastil angeht, der ja in meinen Augen viel zu selten benutzt wird in Hollywood. Also so Found-Footage-Filme gibt es viel zu wenig. Qualitativ hochwertiger wohlgemerkt. Okay. Und eben auch die Art, wie man den Film dann in Verbindung mit dem Cloverfield-Monster und diesem, ja, nahezu terroristischen Chaos inszeniert hat. Das ist verdammt großartig gemacht. Man nimmt es ab, ne? Das ist wirklich echt. Das fühlt sich richtig gut an. Ja. Und man muss dazu sagen, Blair Witch kam 1999. Der Film kam 2008. Also der hat sich nicht auf den Hype gestürzt. Und hat das auch wirklich schön gemacht. Weil ich habe wirklich zu diesem Found-Footage-Film ein ambivalentes Verhältnis. Teilweise haben die so eine Handwackelkamera, dass man davon Kopfschmerzen kriegt. Hier haben sie ein angenehmes Mittelmaß gefunden, auch die Geschichte zu erzählen. Und der Typ, der das gedreht hat, ist kein Unbekannter. Das ist Matt Reeves. Der wird hoffentlich bald den Batman-Film mit Robert Pattinson fertig drehen. Der hat die Planet der Affen-Remakes gedreht, die auch sehr gut sind. Und der Typ hat was auf dem Kasten. Und der kann Storys erzählen. Und das zeigt er mit diesem Film auch ziemlich gut. Ja, definitiv. Also, man sieht, wie du gesagt hast, man sieht ja, was aus Matt Reeves geworden ist. Und dieser Film ist halt eben der Grundstein seiner Karriere, kann man quasi sagen. Damit ist er in Hollywood groß geworden. Weil davor war er ja jetzt nicht so der Name, will ich mal sagen, dort. Nee, das stimmt. Aber er hat auch dieses gute Remake Let Me In. Also, von diesem, äh, nicht französischen. Er hat von diesen bekannten Vampir-Filmen gedreht. Das war auch meiner Meinung nach neben Planet der Affen eines der besseren Remakes, die dem Ganzen auch neue Facetten hinzugefügt haben. Ja, also Matt Reeves weiß schon, was er macht. Und auch, wie er es macht. Der versteht sein Handwerk. Er versteht, welche Knöpfe er drücken muss. Ist vielleicht ein bisschen manipulativ, aber er macht es zumindest richtig. Und auch diese Darsteller. Wenn du jetzt Found Footage siehst, dann denkst du, mein Gott, das sind irgendwelche dummen Teenies, die sich volllaufen lassen. Auch da ist es sinnig eingebaut. Ich finde nur, und, aber dieses Klischee muss sich jeder von Footage-Filmen gefallen lassen. Die Bude brennt und alles. Und die können es nicht schaffen, die fucking Handykamera aus der Hand zu legen, sondern müssen alles irgendwie filmen. Aber das ist eine Krankheit, die ist dem Genre geschuldet. Muss man hinnehmen, sonst kann einem das den Film ein bisschen versauen. Ja, das stimmt. Also, was mir jetzt hier vor allem halt eben gefallen hat, ist die Art, wie man, ja, dieses Mysterium um das Monster behandelt hat. Weil hier findet man, ja, das perfekte Gleichgewicht aus zu viel zeigen oder genug zeigen und nicht zu viel zeigen. Also, man bekommt genug zu sehen, dass man sagen kann, okay, man sieht, man weiß, worum es geht, aber nicht so viel, dass es halt eben, ja, schon zu viel ist. Dass es die Schockwirkung vielleicht verirren könnte. Oder eben auch genug, um zu sagen, ach, die hatten jetzt für das Monster kein Geld. Nö, man sieht nicht nur ein Monster, man sieht mehrere Arten von Monstern. Man merkt auch, dass Matt Reeves ein Fan ist von solchen klassischen Monsterfilmen, wo das Monster eben Städte zerträumert und kaputt macht. Ich übrigens auch. Also, sogar wenn man Monster mag, bekommt man genug Schauwerte, um dabei Stange gehalten zu werden. Es ist halt dieses Godzilla-Prinzip, ne? Du weißt, da ist eine Bedrohung, aber die zeigen sich halt nicht dauerhaft. Und am Anfang, da hast du auch noch direkt das Logo von der DAMA-Initiative, die man von Lost kennen könnte. Auch wichtig, ja. Das sind, genauso wie diese Firma, von der wir sprechen, diese Slush, diese Slush-Eyes-Firma. Das Slush-O. Der Bruder von Rob, müsst ihr darauf achten, wenn ihr den Film das allererste Mal seht. Ich wünsche euch übrigens viel Spaß. Dabei, wer ihn noch nicht gesehen hat, oh, ich wünschte, ich könnte ihn zum ersten Mal noch mal sehen. Ja. Achtet auf das T-Shirt von dem Bruder, von ihm. Der hat auch dieses Slush-Logo auf seinem T-Shirt. Und das ist wichtig, denn dieses kommt in all den Filmen vor. Das hat auch Augenbedeutung. Es kommt bei allen Filmen und Mitarbeitern bei Bad Robot vor. Da ist irgendwo sogar bei Fringe dann irgendwo im Hintergrund ein Slush-O-Schild mindestens. Und sogar bei Star Trek, beim Reboot von J.J. Abrams, trinken die in der Bar einen Slush-O. Oh, also es hatte auch noch in der Zukunft Bestand. Genau. Aber ich würde sagen, darauf kommen wir zum Ende zurück, wenn wir alle Filme abgequatscht haben. Ja, sorry. Ja, kein Problem. Ich finde die Begeisterung geil, weil gerade, ich finde das genau, das macht diese Begeisterung für die Filmreihe aus. Nummer eins, der Film selbst ist geil. Und dann die Details darin, wie das alles ineinander verstrickt ist, macht es nochmal eine Nummer schärfer. Auch über Jahre hin. Selbst jetzt, 2020, zwölf Jahre später, und guckt sich den Film an und findet noch ein paar Informationen raus, die man vorher nicht wusste. Da drehe ich total ab, da kriege ich ein feuchtes Höschen. Ohne Mist, das ist der Hammer. Ich würde mir wünschen, dass alle Filme sich so viel Mühe geben, so viel Detail in diese Filme reinzubringen, gerade wenn es mehrere Filme sind, dass du sagst, ich sage jetzt mal Tarantino, ja, Tarantino macht das ja auch. Da baut er in alle seiner Filme irgendwelche Informationen ein, die mit dem anderen Film zu tun haben. Und zwar in jedem. Und wahrscheinlich sind jetzt schon in dem ersten Film von ihm Informationen drin, die mit dem nächsten Film von ihm zu tun haben werden, was wir jetzt auch noch nicht wissen. Und das finde ich so geil. Das finde ich so Hammer. Deswegen freue ich mich so auf diese Besprechung heute hier mit, ah, das ist so geil, Klappervieh, das ist der Hammer. Was ja auch der Hammer war bei dem Film, war ja das Marketing, muss man sagen. Weil da wurde vor Filmrelease ja ein riesen Geheimnis draus gemacht, was es mit diesem Film auf sich hat, wieso, weshalb, warum. also da hat man ja ein richtiges Geheimnis draus gemacht. Und sogar der Cast selber wusste ja teilweise untereinander nicht einmal, was passiert und was machen wir hier eigentlich. Das geht die Immersion aber auch wirklich gut drüber. Also wirklich dadurch, dass sie es selbst nicht wissen, können sie es richtig spielen, dass sie es nicht wissen. Das ist ja der Hammer. Das machen ja auch andere Filmdarsteller zum Beispiel, sodass das einfach die Information vorenthalten, damit du nicht weißt, wie du reagieren sollst in gewissen Sachen. Ganz hart haben sie diese Methode beim Remake vom Texas Chainsaw Massacre gemacht. Da wusste niemand, wer unter der Maske von Leatherface steckt. Okay. Gemeins. Ja? Okay. Wollen wir zur Bewertung kommen vom Cloverfield selbst erst mal? Ich würde gerne noch ganz kurz sagen, dass ich das Monster absolut fantastisch finde. Also das ist... Hässlich und grauenerweckend. Ja, also es sieht richtig genial aus. Es hört sich auch richtig genial an. Also das ist nicht einfach nur irgendwie so ein kleiner Sound und Gutes, sondern in jeder Hinsicht hat man sich bei dem Monster was gedacht. Und die Atmosphäre in dem Film, da kann ich einfach nur noch mal betonen, wie packend das gemacht ist. Gerade am Anfang, wenn die sich... Ja, wenn das Ganze erst passiert, die ganze Stadt in Schutt und Asche und die verstecken sich im Shop unten voller Staub alles, kein Licht und so. Das ist unglaubliche Atmosphäre, was der Film aufbaut. Und man kann es nicht oft genug sagen. Schaut euch den Film bitte mit einer ordentlichen Anlage an. Das muss dröhnen und laut sein. Das muss rumpsen, da muss Bass drin sein, damit das wirklich richtig wirkt. Ja, genau. Lieber Cloverfield laut, bevor ihr die Armkrankenauskräfte Ende 2020 noch überfordert, indem ihr euch die Hände wegböllert. Guter Einwand. Okay, aber ich denke, wir sind scheinbar alle einig, dass es einfach ein geiler Film ist, oder? Ja. Ja, ich erwähne nur trotzdem gerne die kleinen Monster. Die haben ja auch so diese schöne Eigenart, dass sie sich in den Menschen einnisten und die dann zum Explodieren bringen. Die fand ich auch hard designed. Das ist ja das Nächste. In dem Punkt, in dem Film kommt dann noch was vor, und zwar, dass diese Wesen, also diese kleinen Parasiten, die da rumrennen, diese Hundgroßen Wesen oder vielleicht ein bisschen größer, Wolfsgroßen Wesen, scheinbar Krankheiten übertragen, dass du quasi wie so eine Art Zombie wirst, wenn die dich einmal angreifen oder kratzen oder sowas. Und das weiß man ja auch nicht. Das wird dann nie wirklich aufgeklärt. Es gibt dann irgendwie so eine Krankenstation im Film, wo scheinbar ein paar Leute krank sind und so, und einer von den Leuten, die da wegrennen, die wichtig sind für den Plot, werden ja auch verletzt und dann werden auch so plötzlich blass und so ein bisschen wie Zombie-mäßig so. Und das weiß ja auch keiner, was es damit auf sich hat, ne? Mhm. Und da bin ich ja auch mal gespannt, ob dann irgendwas kommt. Ich, ah, mehr. Weil willst du denn eine Erklärung, die das Ganze verwässert oder findest du es nicht besser, wenn das ausbliebt und du eine Welt hast, in der auch gewisse Mysterien existieren dürfen? Also ich würde mir wünschen, dass die einfach regelmäßig in ordentlichen Zeitabständen, also nicht jedes Jahr was Neues rausbringen. Also J.J. Abrams, bitte bring nicht jedes Jahr einen neuen Star Wars-Film raus. Bring bitte nicht jedes Jahr ein neues Gloverfield raus. Gib dem mal so eine brauche Pause dazwischen. Und ohne Ankündigung, einfach aus dem Nichts muss plötzlich ein neuer Gloverfield kommen, und du denkst, oh ja. Und dann muss der Film mehr Fragen aufwerfen, als er beantwortet. Glaube ich. Das ist das. Dann kann ich leben. Du gibst dir einen Film, du schmeißt dir ein Stück hin, so ein kleines bisschen Brot, ja, und aber sag dir, ey, da hinten ist noch mehr Brot, aber ich verrate nicht wo. So, das, das würde ich mir wünschen. Dass es immer noch obstruser wird, der Kopf immer mehr explodiert durch die Information, die man kriegt. Geil. Ah, Hammer. Okay, schnell, Bewertung. Wie viele Slushies würdet ihr diesem Film geben? Von 0 bis 5 Slushies? Patrick, du fangst an. Ach, ich jetzt? Ja. Ich schwank zwischen 3 und 3,5, und das ist bei mir je nach Laune. Manchmal erreicht mich der Film weniger, weil man dann ein bisschen mehr von Bombastkino verwöhnt ist, aber in der guten Laune ist er bei mir ein 3,5er. Okay, Werner? Ich lege da einen drauf. Bei mir landet der Film bei 4,25 Slushies, weil der mich immer wieder packt. Egal, wie oft ich ihn schaue, der zieht mich einfach immer wieder in seinen Bann. Es macht immer Spaß, ihn anzuschauen. Und ja, man kann auch immer mal wieder was Neues entdecken, wenn man mal so die Augen offen hält. Also ein Wiedersehwert ist auch gegeben. Sehr schön. Dann haue ich noch rein. Ihr merkt es ja, wie fickrig ich auch bin auf diesem Film. Ich gebe ihm ganze 4,5, denn ich weiß noch ganz genau, mit wem ich den damals im Kino geguckt habe, in welchem Kino ich war, in welchem Kinosaal ich war, weil es einfach so ein Erlebnis war. Es war der Hammer. Und er hat einfach Spaß gemacht. Ich meine, ich mag so Katastrophenfilme, sei das jetzt Godzilla, sei das irgendwelche anderen Filme, wo einfach die ganze Welt untergeht. Ich finde das super. Diese Live-Action-Footage-Kram, dass du denkst, das ist alles echt passiert, das ist ein Beweismaterial für irgendeinem Gericht, was da gerade abgespielt wird. Hammer. Diese Immersion hat voll funktioniert, die Akustik, Technik und alles, das ist der Hammer. Die Effekte sind nicht mehr so gut, die sind ein bisschen schlecht gealtert, ist allerdings dem Alter des Films zu verdanken. Immerhin 12 Jahre alt. Von daher bin ich bei 4,5, weil er zieht mir einfach mit in den Bann. Das ist meine persönliche, subjektive Meinung, weil er mich einfach mitgenommen hat. Bei den anderen Teilen, die noch kommen werden, werdet ihr sehen, werde ich es ein bisschen anders bewerten. Ich werde nicht alles hier so super groß reden. Cloverfield ist das Beste, aber Cloverfield 1, der erste Film, der damals rauskam, Hammer, ich gebe ihm 4,5 von 5 Slushies. Kleine Empfehlung noch für alle, die dann Blut geleckt haben beim Found-Footage-Genre, ich empfehle noch gerne den Film Chronicle oder auch die Wreck-Filme, die gehen ja dann auch ordentlich zur Sache. Definitiv. So, gut. Wollen wir weitermachen? Gerne. Dann, liebe Leute, es geht weiter mit Ten, Cloverfield Lane. Acht Jahre nach Cloverfield wurde der Film Cloverfield Lane angekündigt. Man hat nicht viel gewusst, die Trailer waren relativ kurz gehalten. Man wusste nur, es spielt irgendwo in einem Bunker. Da ist John Goodman, dann ist da noch die junge Dame, deren Name mir gerade nicht einfällt, die aber auch lebt. Mary Elizabeth Winstead. Dankeschön. Und der hat den gleichen Namen. Das war in dem Film stand der Name Cloverfield. Man denkt so, oh ja, bitte, gib mir mehr, endlich wieder Aliens, endlich wieder Viecher, die die Erde zerstören wollen. Und dann sitzt man im Kino, guckt sich den Film an, denkt sich so, hm, was passiert da jetzt gerade? Und wir fassen erstmal kurz zusammen, was in Ten, Cloverfield Lane eigentlich passiert. Patrick, diesmal darfst du. Wir haben hier Michelle, die Welt von Mary Elizabeth Winstead, gespielt. Die hat einen Autounfall und wacht dann plötzlich in einem Bunker auf. Da erzählt ihr John Goodman, ich weiß jetzt nicht, wie sein Charakter heißt, dass es einen atomaren Angriff gab und sie muss sich dann zusammen mit ihm und noch einer anderen Person dann die Zeit im Bunker tot schlagen. Aber John Goodman hat leicht einen an der Klatsche, deswegen droht die Situation, die im Moment zu eskalieren. Ja, das trifft es ziemlich gut soweit. Und das Ganze, muss man ja sagen, hat ein bisschen, ja, mehr so Thriller-Anleihen, muss man sagen. Kann man Spiel wirklich sogar sagen. Genau, kann man Spiel, ja. Weil Teil 1 hatte ja doch einiges an Action-Szenen und eben Found-Footage. Und der Film hier geht dann halt eben auch wirklich in jeder Hinsicht in eine ganz andere Richtung, muss man sagen. Das war einer der Gründe, wieso ich den Film im Kino damals gehasst habe. Ich war jung, ich hatte klare Erwartungen an diesen Film. und wir werden jetzt natürlich nicht groß über das Ende reden, aber als ich damals den Film geschaut habe, hat er mich angekotzt. Ich kann es verstehen, wenn du Spaghetti bestellst und dann Pizza angedreht bekommen musst, dann fühlst du dich so ein bisschen verarscht und denkst, ach Mann, das wollte ich jetzt aber nicht essen. Es war gut, aber nicht das, was ich wollte. Genau. Und das, finde ich, macht es so besonders. Das ist, der Film verarscht einen, den ganzen Film lang. Ja. Und man muss sagen, ich hasse die Leute dafür, die den Film gemacht haben, dass sie einen verarschen. Aber auf der anderen Seite liebe ich sie dafür, dass sie es gemacht haben, weil das ist einfach, das gab es in der Form noch nicht. Ich habe keinen Vergleich dazu, wo ein Franchise es schafft, eine Thematik zu nehmen, sie in verschiedene Filmgenre zu verpacken. Ja, ich meine, wir reden jetzt hier nicht von Star Wars, wo alle Star Wars Filme Science Fiction sind, sondern wir reden wirklich von verschiedenen Genres, mit verschiedenen Darstellern, die mit leichten Verbindungen, wo du sagst, was hat denn jetzt das damit zu tun? Und vor allem, es kam so aus nichts, es hieß wirklich, so acht Jahre später, hier ist Cloverfield, guckt es euch an, so richtig provokativ, ja, nicht so im Sinne von, ja, Cloverfield war mega erfolgreich, drei Jahre später machen wir den nächsten Teil, nee, nee, nee. Acht Jahre, liebe Freunde, acht Jahre hat es gedauert, bis der Film rauskam. Und dann guckst du dir den an, sitzt da so im Kino, und denkst dir so, hm, ich vermisse gerade irgendwie Aliens, die Erde zu stören. Ja? Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein, die nehmen doch nicht bloß den Namen, um dich ins Kino zu locken, um dich dann zu verarschen. Ich saß wirklich so im Kino, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja? Ich meine, die sitzen da in dem Bunker, und John Guppen erzählt so, ja, du kannst da nicht raus, die Erde wurde angegriffen, die Luft ist verseucht, du kannst da nicht raus, und wir wissen, okay, Cloverfield, Alienangriffe, das ist schon plausibel, ne? So, und da will nur, dass die nicht rausgehen und alle sterben, so. Und dann passieren halt Sachen in den Bunker, wo du denkst so, halt, stopp, gibt's die Aliens jetzt wirklich oder nicht? Und dass du halt wirklich zweifelst, du weißt nicht, was wahr ist und was nicht, du weißt nicht, was du glauben sollst, du weißt nicht, wem du trauen kannst, du weißt nicht, welche Informationen wahr sind und welche nicht, und das ist so gemein, aber es ist so gut gemacht. Ich mag dieses Kammerspiel sogar sehr, ich würde sogar sagen, das ist mit die beste darstellerische Leistung, die wir hier geboten bekommen, in dem Cloverfield-Franchise. Ja, auf jeden Fall. Deswegen hast du doch solche markanten Schauspieler wie John Goodman, das brauchst du da einfach. John Goodman ist ein richtig guter Darsteller, aber auch Mary Elizabeth Winstead schlägt sich gut, also die kann ihm gut Paroli bieten und wenn das eine Darstellerin schafft, dann hat die auch ein bisschen was auf dem Kasten, würde ich mal behaupten. Definitiv. Ich mag es auch, wie hier mit der Erwartung gespielt wird und auch gerade die Tatsache, dass dann John Goodmans Charakter, Howard, lese ich hier gerade, nicht der zuverlässigste ist. Ich will dich kurz pausieren, ich will dich kurz pausieren. Wichtig, Leute, merkt euch den Namen, er heißt Howard Stambler, ja, und er hatte was mit Satelliten zu tun, er war beim Militär und er hatte auch was mit Satelliten zu tun. Howard Stambler, merkt euch den Nachnamen bitte. Okay. Ja, aber gerade die Tatsache, dass er nicht der zuverlässigste Erzähler ist, sorgt auch dafür, dass da ein gewisses Mysterium mitschwebt und dass er sich auch in Widersprüche verstrickt, wo man nicht weiß, ist jetzt der Film inkonsequent oder ist er einfach ein Arschloch? Es wird dann bis zum Ende offengelassen. Kann man vielleicht unterstellen, dass das vielleicht im Nachhinein noch dazu gedichtet wurde, wie es wahrscheinlich war, und das Klaffer viel drangepappt wurde, um den Film besser vermarkten zu können, weil angeblich war er ja ein paar Jahre im Giftschrank und nur durch dieses Klaffer fehlt. Stickerchen ist er dann rausgekommen. Und selbst wenn, finde ich das gut, dass dieser Film das Licht erblickt hat. Ja, also, und auch wenn der so richtig in die Reihe dazugehört, auch wenn ich es damals nicht glauben konnte und es auf den ersten Blick auch nicht so ist, kann man den Film auch sehr gut alleinstehend anschauen, weil ich hatte da zum Beispiel, ja, ein Kumpel und eine Freundin dabei, wir waren zu dritt, sie haben nie was von Cloverfield gehört oder gelesen oder sonst irgendwas und wir haben den Film einfach so angeschaut und für die ist der Film auch in sich geschlossen, ja, schlüssig, kann man sagen. Die können alle gut für sich stehen. Ja. Auch diese Darstellerin Susan Cryer, das ist die, die draußen vor dem Bunker anscheinend noch überlebt hat, die taucht ja auch dann im Zusammenhang mit dem Howard, nicht mit dem Howard, sondern mit dem Nachfahren oder mit einem Verwandten von Howard Sampler, taucht die dann auch in diesen Interview, das man am Anfang vom dritten Teil zu sehen kriegt. Ja, genau. Die selbe Darstellerin, die man auch aus Silicon Valley kennen könnte und da erschließt sich der Kreis, CJ Miller. Und einen noch, am Anfang, bevor sie quasi diesen Unfall hat und dann plötzlich in dem Bunker aufwacht, war sie noch an einer Tankstelle und was finden wir in der Tankstelle? Einen Slushy-Automaten von dieser Firma Slush. Ja, wieder diese komische Eis-Automaten-Firma, die überall vorkommt. Überall, wo Bad Robot draufsteht. Genau. Ich liebe es. Ich liebe solche Details. Ah. Schön. Ja, die Sache ist, wir können natürlich jetzt nicht spoilern. Wir wollen diesen Podcast nehmen, um den Leuten Geschmack zu machen, die es noch nicht kennen. Ja, aber auch zum Schluss und noch ein bisschen zu philosophieren, warum hängt das denn wie wo zusammen? Und der Schluss, ich würde sagen, die letzten 15 Minuten oder sowas, wo wir da ein bisschen philosophieren, müssen wir spoilern. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal nur bei der Hype-Thematik, bei dem Film selbst so, ohne was zu spoilern. Bleibt dran und ihr werdet nicht gespoilert. Ich verspreche es euch aus dem Schluss und dann geben wir nochmal eine Warnung. Ich würde sagen, gehen dann ins Cleverfield-Paradox und dann können wir am Schluss zu allen drei spoilern, was das Zeug hält beziehungsweise die Restlauflänge da noch hergibt. Genau. Machen wir so. Klingt sehr gut. Ich glaube, auch mehr gibt es zu dem Film ja jetzt auch nicht mehr zu sagen. John Goodman ist verdammt großartig. Verdammt großartig. Nein. Ohne zu spoilern kannst du nicht groß über den Film reden. Er ist spannend gemacht. Viel Spaß beim Anschauen, Leute. Es ist wirklich ein Thriller. Der ist mega spannend. Der zieht euch mit und ihr werdet den ganzen Film über verarscht und ihr wisst nicht bis zum Ende, was nun echt ist und was nicht. Sehr geil. So, wie viele Slushies gebt ihr ten Cleverfield Lane? Patrick, bitte. Ich bin, äh, ja, ich bleib hier bei 3,5 schon allein durch. Dieses Kammerspielartige und die Darstellerleistung steht ja dem Film, auch wenn er komplett anders ist, in nichts nach. Also, kurz gehalten, ja. Schönes Mystery-Kammerspiel. Sollte man gesehen haben am ehesten von allen drei Teilen. Das ist so mein Lieblingsteil aus der Reihe. Ist dein Lieblingsteil? Tatsächlich? Neben dem ersten. Okay. Also, die sind beide für mich gleichwertig. Deswegen, ja okay, Lieblingsteil ist da hochgegriffen. Die sind beide gleichwertig. Okay, 3,5. Werner, was sagst du? Also, auch ich bleib meiner Wertung treu und gebe dem Film vier, ein Viertel, ich werd's nie aussprechen. Slushos. Slushos. Und das, obwohl ich den Film, wie gesagt, damals zum Release vor vier Jahren gehasst habe. Aber wenn man, ich hab mir jetzt vier Jahre später ein zweites Mal angeschaut und wenn man inhaltlich neutrale Erwartungen an den Film hat, dann kann der einen richtig packen, weil man einfach nie so richtig weiß, was ist da los und das Schauspiel, das zieht einen einfach mit rein. Also, klasse Teil, genauso gut wie der erste, aber komplett anders. Genau. Und damit hau ich raus, ich bewerte ihn mit 3,5, denn ich war, ich wollte unbedingt so ein weiteres Cloverfield haben, als ich ihn gesehen habe. Ich wollte dieses Alien-Stadt-Zerstören alles kaputt machen. Ja, das wollte ich haben und das war's dann halt nicht. Obwohl das der Name war. Und ich war damit, ich hab mich wirklich verarscht gefühlt. Ich mein, das ist halt ein anderer Film, ein anderes Genre, ja. Aber das ist genau das, dass diese Verarsche dahinter ist dieses, ah, er ist gut gemacht, er ist wirklich toll, aber er hat mich, er ist anstrengend, weil er, 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 ach, der provoziert dich, der Film. Du guckst, du guckst ihn dir an, du willst antworten, stattdessen kriegst du noch nur mehr Fragen im Kopf und noch weniger Antworten, so. Das ist so richtig der Arscht in den Sinn von, dir gefällt Cloverfield, ja, hier hab ich einen Film für dich, jetzt, ah, so, richtig, das ist gemein. Deswegen, ich sag 3,5. 3,5. Auch wenn John Goodman echt mega geil ist, aber 3,5. Okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zu Cloverfield Paradox aus dem Jahr 2018, der aktuellste dieser Filmreihe und, äh, lieber Werner, du darfst, oder nee, Patrick, wer macht's, ich weiß grad nicht, äh, passt zusammen. Also ist entweder der Werner oder du dran? Äh, soll ich's machen? Okay, dann müssen wir uns aufteilen, dann mach ich's jetzt natürlich. Wenn's drei Filme sind, wenn's drei Leute sind, dann muss ich's machen. Okay, äh, Cloverfield Paradox. Wir haben die Welt in etwa in der nahen Zukunft, sag ich mal, so jetzt in ungefähr 10 Jahren, die Welt ist ziemlich kaputt, es ist politisch alles sehr angespannt, die Leute brauchen Energie, überall sind ständig Stromausfälle, es gibt nicht genug Energie auf der Erde und es gibt eine Raumstation, die im Orbit der Erde rumkreist, die einen, ähm, Teilchenbeschleuniger dabei hat, um eine neue Energiequelle zu finden. Und die sind dort oben und versuchen mit Zeitdruck, äh, diese Maschine zum Laufen zu bringen, denn es klappt nicht so richtig, denn, die haben auch nur begrenzt Treibstoff da oben und Energieressourcen, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Währenddessen, äh, beginnen Kriege auf der Erde, das heißt so, Russland hat die ersten Bootentruppen mit die USA geschickt und China ist da auch irgendwo mit drin und die Welt ist echt am, am Abkacken und auch die Spannung auf der Raumstation ist eine internationale Raumstation, wo Menschen aus allen Ländern dabei sind, sei das jetzt Brasilien, Italien, Japan, USA, auch Deutschland, ne, wir haben ein deutsches Besatzungsmitglied dabei und die versuchen, unter Zeitdruck und Stress und, und auch diese politische Sache da auf der Erde, wirkt sie natürlich auch auf die Leute auf der Raumstation aus, mit, sagen wir mal, ja, im zwischenmenschlichen Problemsinn, von, ja, du bist ein Verräter, du bist ja auch von dem und dem Land und hast meinem Land das angetan, so, das trägt sie also auch weiter, dieser Konflikt der Erde trägt sich auch in das Weltall weiter und die sitzen da oben, wollen dieses Ding zum Laufen bringen und dann schaffen sie es oder schaffen es nicht und plötzlich passiert etwas und alles geht schief und alles geht runter und drüber und dir platzt dein Kopf, weil du nicht mehr begreifst, was auf dieser Raumstation passiert. so zusammengefasst. Oder? Ja, das reicht gut. Sehr schön. Ja, war ein guter Film, ne? Lass mal so. Ich muss sagen, ich finde ihn besser als sein Ruf, weil, wo der damals rauskam, wurde der von Kritikern ja mehr zerrissen als gefeiert und ich habe ihn mir auch erst dieses Jahr angeschaut, weil der kam ja damals direkt auf Netflix raus, nichts mit Kino und ich war damals und bin auch heute noch ein Verfechter des Kinos und wenn ich mir Filme nicht im Kino anschaue, dann habe ich sie gerne in meiner Sammlung, DVD oder Blu-ray, war nicht möglich und ja, bis diesen Sommer hatte ich auch kein Netflix, deswegen habe ich ihn mir erst jetzt angeschaut, wo dieser Shitstorm, kann man fast sagen, ein bisschen abgekühlt war und ich muss sagen, ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film, auch wenn er natürlich nicht an die anderen Teile rankommt. Bei mir war es so, ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich mit meiner Ex noch zusammen und wir hatten uns, ich muss kurz ausholen, ich hatte damals mit meinem besten Kumpel Cloverfeet im Kino geguckt, fand ihn mega geil, da kam acht Jahre später Cloverfeet Lane raus. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Freundin immer mit ins Kino genommen, damit sie Bescheid wusste über Cloverfeet, habe ich mit ihr Cloverfeet geguckt, wir gehen also ins Kino rein, zur Cloverfeet Lane, stellen fest, hat damit irgendwie überhaupt nichts zu tun. Zwei Jahre später kommt plötzlich Cloverfeet Paradox bei Netflix raus und zu dem Zeitpunkt habe ich kein Netflix benutzt, das heißt, ich habe dann ihren Account benutzt, sie war so Netflix-Freak und Hauptsache viele Serien und viel Kram und wir haben dann auf Netflix zusammen zu Hause den Film geschaut und ich muss sagen, von allen dreien ist der mir am wenigsten Erinnerung geblieben. Ich habe mir heute erst wieder nachgeholt, weil ich wirklich vergessen habe, was da drinnen passiert ist. Das ist mein Cloverfeet. Zwölf Jahre her, weiß ich fast noch alles genau, was da passiert ist. Cloverfeet Paradox vor zwei Jahren, ich habe fast alles vergessen. Und da sage ich, das ist das Problem mit Kino. Bei ihm Kino erlebst du den Film vollkommen anders, als wenn du den zu Hause guckst. Da fehlt einfach was. Das ist wirklich so. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass der nur bei Netflix rausgekommen ist, denn ich würde sagen, im Kino mit einer richtigen Soundanlage, mit so einer riesengroßen Leinwand, ist das noch ein viel geileres Erlebnis. Denn der ist eigentlich wirklich ziemlich gut. Und er ist auch gut besetzt. Ja. Und auch die Spezialeffekte sind der Hammer. Also die Raumstation, alles was da passiert, das sieht alles ziemlich gut aus. Das kann echt mithalten mit aktuellen Filmproduktionen. Das ist kein B-Movie oder sowas. Da ist echt top. Triple A-Qualität dahinter. Und deswegen, man muss sagen, ich weiß nicht, der ist super, der ist super, der ist interessant, der ist spannend, aber irgendwas hat da gefehlt, dass der mir nicht so in Erinnerung geblieben ist. Entweder war es das fehlende Kinoerlebnis oder irgendwas in der Handlung, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Das würde ich noch nicht mal komplett sagen, dass das das fehlende Kinoerlebnis ist, sondern dass dieser Film stellenweise nicht weiß, worauf er hinaus will. der ist so vollgestopft mit Themen, dass er für mich auch so ein bisschen unausgegoren gewirkt hat. Also vor allem, wenn man überlegt, da verliert eine Person die Hand und im nächsten Moment ist wieder alles super lustig. Schon allein, das ist ja stellvertretend dafür, dass das irgendwie nicht so ganz im Flow ist, wie es sein sollte. Der Film hatte auch damals diese Taktik, also man hat den Film beim Superbowl angekündigt und am nächsten Tag war der bei Netflix. Man hat sich gedacht, hä, wie kann das sein? Man hat plötzlich einen neuen Cloverfield gedreht. Alle haben sich draufgestürzt und waren dann entsprechend enttäuscht, dass das vielleicht nicht ganz so in die Richtung ging, wie wir es alle erwartet haben. Vielleicht sind dann die Leute von der Erwartungshaltung getroffen worden, wie du von 10 Cloverfield Lane, was dann vielleicht diesen Shitstorm ausgelöst hat. Gab es einen richtigen Shitstorm? Wurde da so schlecht geredet? Ja. Er wurde teilweise als richtig miserabel verrissen. Okay, das habe ich nicht mehr bekommen. Also so habe ich es nicht empfunden. Er hat mich nicht so mitgenommen wie die anderen beiden. Warum auch immer, kann ich nicht sagen, woran das liegt. Ich habe ihn mal heute noch mal gesehen und muss sagen, beim zweiten Mal war er besser als beim ersten Mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was an dem Film so schlecht war oder dass ich ihn beim ersten Mal nicht so in Erinnerung behalten habe, dass er mir beim ersten Mal nicht so gut gefallen hat. Ich glaube, es ist eher die Tatsache, dass ich mich nach... Ich habe ihn ja jetzt ein zweites Mal geguckt, nachdem wir uns darum unterhalten haben, dass wir eine Besprechung machen und habe mich dann noch mal mit dem Franchise selbst auseinandergesetzt mit hoffenmeißen Informationen, die ich vorher nicht hatte. So zum Beispiel mit diesem Videomaterial, was vor dem Erscheinen des ersten Films erzeugt wurde mit diesen komischen Nachrichtenberichten, die es da gab. Und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauchte noch mal eine Auffrischung. Ich will noch mehr Informationen aus dieser Welt haben. Und da hat es mich noch mal gepackt. Und da gibt es auch diese eine Stelle, die ich jetzt noch nicht ansprechen möchte, aber die kommt dann am Ende, die es halt so cool macht, was es so besonders macht, dass es wichtig ist, dass es den zum ersten Film noch gibt. Das ist echt cool gemacht. Also was mir an der Cloverfield-Paradox gefallen hat, ist das Grundszenario, weil wie ich ihr ja gesagt habt, die sind oben, wollen diesen Shepard starten, um Energie zu erzeugen. Und dann passiert etwas. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, was dann passiert. Ich glaube lieber nicht. Nein, es ist mal besser. Und was dann halt eben passiert, ist etwas, wo du dir dann denkst, okay, was jetzt? Weil Probleme gibt es ja in vielen Filmen, aber diese Art Problem, da fragst du dich halt, okay, was ist passiert und was sollen die dagegen tun? Wir können es ja mal ganz einfach zusammenfassen. Also die sitzen auf dieser Raumstation, auf der dieser Generator ist. Das heißt, die ganzen Leute auf der Station sind halt Profis, da sind Wissenschaftler dabei, Physiker und so weiter. Und die versuchen halt mehrmals dieses Ding zu starten. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie es quasi schaffen, wo wirklich mehr Energie aus diesem Protest rauskommt, als sie verbraucht. Und dann gibt es irgendwie eine Fehlfunktion, es gibt scheinbar eine Explosion, viel gewackelt, viel gerüttelt, viel kaputt. Und dann passieren plötzlich sehr merkwürdige Sachen. Also, wie sagt man so schnell, das sind halt nicht mehr menschenähnliche Dinge, die da passieren. Das sind nicht mehr Sachen, die normal zu erklären sind. Also wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Es erscheinen plötzlich Dinge oder Lebewesen und solche Sachen oder andere Dinge verschwinden. Manche Sachen, die irgendwo sind, sind plötzlich woanders, wo sie nicht sein sollten. Und das kann man sich einfach nicht mehr erklären. Das ist irgendwie, wie sagt man, wie heißt das, wenn man irgendwie mit Geist zu tun hat oder mit irgendwelchen, wie heißt der Wachbegriff dahinter? Paranormal. Paranormal, genau. Es wirkt so wie so paranormale Dinge, die passieren, die man nicht mehr real erklären kann. Ja. Diese Situationen sind sehr, sehr, sehr merkwürdig, aber sehr cool gemacht. Was halt ein Problem war, die Konflikte innerhalb des Teams, die werden einfach nicht so richtig transportiert. Die wirken ein bisschen billig, so auf den Tisch geklatscht, ohne dass man sich da jetzt, ja, mit reinsteigern kann. Dieses, ja, Drama, diese Spannung der Vorgänger fehlt hier halt eben. Also, ja, dieser Terrorfaktor. Ich sage sogar, bei dieser Teamkonstellation sind vielleicht zwei, drei Darsteller zu viel. Dadurch kann man sich nicht wirklich fokussieren. Und da, sage ich, da driftet der leicht ins trashige Science-Fiction ab und wirkt dann in den Bereichen eher wie so eine schwächere Star-Trek-Episode der Woche, gerade in dem zwischenmenschlichen Bereich, der ja sonst bei Cleverfeet so die Stärke war. Hm, ich weiß, was du meinst, ja. Wollen wir nochmal auf die Schauspieler eingehen, weil tatsächlich gibt es da ein paar, die ich kenne. Leider Gott, das ist jetzt nicht namentlich, allerdings, der Käpt'n der Raumstation zum Beispiel hat bei Gringo mitgespielt, die Hauptrolle, ein Film, den ich richtig geil finde, den ich sehr empfehlen kann. Und der italienische Mechaniker ist bekannt aus The Office. Und Chris O'Dowd kennt man aus IT Crowd? Meine ich ja IT Crowd, genau, den meinte ich ja. nicht The Office. Und nicht zu vergessen Daniel Brühl, ne? Natürlich Daniel Brühl als John Krasinski aus The Office. Ich dachte, du meinst den. Und Simon Peck haben wir als Radiostimme eingestreut, tatsächlich. Du wolltest auf den Mark Stambler wahrscheinlich eingehen. Mark Stambler, genau. Und zwar, während die dort in dieser Station sitzen, in diesem Kontrollraum, schaut einer von den Besatzungsmitgliedern eine Nachrichtenübertragung, wo jemand über Verschwörungstheorien spricht, über das sogenannte Cloverfield-Paradoxon, was dann passieren kann, im Sinne von, ja, wenn die Station startet, dann kann es Verbindungen in eine andere Dimension geben, es könnten irgendwelche Monster erscheinen, irgendwelche Wesen, sonst irgendwas. Und das könnt ihr alles in meinem Buch nachlesen. Und das stellt sich raus, der Typ heißt Mark Stambler, scheinbar verwandt mit unserem tollen Howard Stambler aus 10 Cloverfield Lane. Und da haben wir wieder eine Verbindung. Genauso wie es auch wieder irgendwo eine kleine Verbindung mit Slushy gibt, da gibt es irgendwo einen Bubblehead, der auf der Station rumsitzt und rumwackelt mit dem Slushy-Logo vorne drauf, kommt wieder vor, Slushy präsentiert euch Cloverfield. Mal wieder. Mal wieder. Genau. Und, ja, wie gesagt, so wie es aussieht, was der Film erzählen will, ist, das ist der Ursprung. Also das, was dort in Cloverfield Paradox passiert ist, ist der Grund, warum das alles passiert ist in den anderen Filmen. Ich würde sogar so weit gehen, man sollte da nicht zu kompliziert denken. Ich denke, alle drei Ereignisse spielen auf unterschiedlichen Parallelerden, die sich dann irgendwie so zeitlich zumindest in dieser einen Sekunde überlappt haben und dadurch dieses ganze Paranormale ausgelöst haben. Scheinbar ja, scheinbar ja. Das ist genau das, was ich sagte, es passiert irgendwas und es eröffnet wieder neue Fragen. Und beim Thema Verbindungen muss man ja sagen, wenn man jetzt den ersten Cloverfield und der Cloverfield Paradox zeitgleich startet, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will? Bei Minute 18 passiert zeitgleich etwas. Es gibt da ein sehr schönes Video bei YouTube, es gibt einfach ein Cloverfield Sync und dann findet ihr ein Video, wo die beiden Filme überlappt sind und an der gleichen Stelle passiert plötzlich etwas. Und das finde ich so geil, weil überlegt mal, der Film ist von 2008 der erste Cloverfield und die haben den Cloverfield Paradox so gedreht, dass genau an der Stelle das passiert. Und die Mühe müssen wir uns erstmal machen, weil das sind immerhin 18 Minuten, die du filmen musst. Ja, das sind 18 Minuten, da muss noch genug übrig bleiben und genug davor sein, damit das alles funktioniert und auch wirkt. Und das finde ich einfach großartig, ich liebe sowas, das sind so Details und das ist wieder, wo der Film wirklich das finde ich so cool. Nicht zu verachten, der Score wurde von Bear McRary geschrieben. Wer kennt die nicht? Battlestar Galactica zum Beispiel, wo er auch immer wieder gutes Zeug abgeliefert hat. Generell vertunt er sehr, sehr viele Serien, wo man denkt, ohne den wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so cool. Okay, so, was würdet ihr sagen, welcher ist euer Lieblingsfilm von den dreien? Der Erste. Eins und zwei habe ich ja gesagt. Okay, bei mir ist es auch der Dritte fällt da schon ein bisschen ab. Bei mir ist es auch der Erste und bei den anderen beiden bin ich mir nicht so sicher. Also Genretechnisch ist eigentlich Teil 3 noch besser als 2, weil ich mag so Science-Five-Raumstationen-Kram, aber von der Stimmung her so und ich, mir fehlt irgendwie dieser Kick. Ich weiß nicht, warum der Mini nicht so richtig catcht. Der ist zwar gut, der ist interessant, der gehört damit dazu, aber irgendwas fehlt. Und deswegen muss ich sagen, Ten Club of Eat Lane ist da irgendwie noch so ein bisschen, das gibt mir noch ein bisschen mehr Thrill als der dritte Teil. So ist es bei mir. Gehe ich komplett mit. Also mich hat teilweise auch diese Uneinigkeit in der Stimmung immer wieder rausgerissen. Man weiß nicht, will man jetzt so was sein wie Dead Space, will man jetzt plötzlich wieder billige Comedy hier unterbringen, will man jetzt da diese Leute im Schiff streiten lassen, will man dann vielleicht nicht noch im Hintergrund irgendwie was politisches raushauen. Das ist für mich so unausgegoren, dass das für mich teilweise echt Science-Fiction-Trash ist. Deswegen bin ich da bei der Bewertung echt zwischen 2,5 und 3, weil ich, es ist nix Halbes, nix Ganzes, aber es eröffnet das Cloverfield-Universum letztendlich dann doch. Bin ich bei dir, definitiv. Sehe ich ganz genau so. Da sind wir uns ziemlich einig. Also wenn wir uns mal zur Bewertung gehen sollten, ich würde ihm auch 3 geben, also 2,5 nicht, weil die 3, weil es gehört zum Cloverfield-Universum und da sind Details wieder eingebaut, die die Geschichte doch ein bisschen vorantreiben. Und deswegen bin ich bei 3. Ich gebe den Film 3 Einviertel-Slushies, weil er in einer ganzen Klasse schlechter ist als die beiden Vorgänger, aber immer noch zu unterhalten, weil es immer noch spannend ist, immer noch interessant ist, gut gemacht. Von dem her kann man sich auf jeden Fall gut ansehen. Beim ersten Mal habe ich ihn noch 3,5 gegeben, aber bei der Zweitsichtung jetzt hat er ein bisschen was an, ja, Zugkraft verloren, kann man sagen. Und das trotz Daniel Brühl. Ja, aber das liegt nicht an Daniel Brühl, dass er für ihm schlecht ist. Es liegt daran, dass er in diesem ganzen Gewusel untergeht. Ja, definitiv, genau. So, ich würde sagen, wir sind mit den 3 Filmen durch. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Spoiler-Action machen und ein bisschen philosophieren, was denn noch sein könnte und kommen könnte? Patrick, braucht man nicht noch sein Fazit, oder? Habe ich doch direkt vorweg geschoben. Ah, okay. 2,5 bis 3 höchstens. Okay. Dachte, es gibt noch ein finales, aber okay. Nö. Es ist halt wirklich schwierig, weil das Besondere wirklich an Cloverfeet ist, dass jeder Film ein anderes Filmgenre ist und halt komplett anders ist. Du kannst das nicht als eins, du kannst nicht sagen, Star Wars ist Star Wars und Star Trek ist Star Trek und Harry Potter ist Harry Potter, so wie zum Beispiel Fantastische Tierwesen und die Harry Potter Filme trotzdem das gleiche Genre sind. Hier kannst du das nicht machen, weil jeder Film, es ist zwar eine Welt, die irgendwo zusammenhängt, wo man nicht richtig wissen, warum, wieso, weshalb, aber es sind verschiedene Filmgenre, die Filme anders erzählen, das ist wirklich so schwer zu sagen, ja, Cloverfeet im Allgemeinen ist so bewertet. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und der Dritte weiß noch nicht mehr, welches Genre er am liebsten spielen würde, deswegen. Ja. Na gut, dann gehen wir noch kurz in die Spoiler-Region. Also, ihr seid hiermit gewarnt, also, schießt los, ihr zwei. Ah, also, ich muss noch mal sagen, diese komische japanische Firma, die da im Hintergrund ist, dieses Video, dieses Video, was es da gibt, mit dieser, Ölbohr-Insel, die da plötzlich sinkt, ja, wo du das Monster aus Teil 1 wegschwimmen siehst, so ein bisschen dunklen Schatten im Wasser, du hörst das Brüllen von dem Vieh, als die mit dem Boot wegschwimmen, und, und das alles zusammen ergibt, so, diese, dieses so, was ist da jetzt los, und, und dann hast du diese Firma, diese, ich hab gerade den Namen leider vergessen, tut mir leid, diese japanische Firma, die da mit drin hängt, und am Anfang des Films, von Teil 1, von Cloverfield, äh, stehen die ganzen Leute auf der Party vor einem Fernseher, und da heißt, es gab eine Explosion irgendwie, und vor der Statue von Liberty, die, die Freiheitstatue, ist ein Tanker gesunken, und auf dem Tanker ist dieses Logo von dieser japanischen Firma, das hat also auch scheinbar irgendwas damit zu tun, und, dann greift plötzlich dieses Monstervieh an, und du weißt nicht so richtig, du siehst es ja erst noch eine Weile, dass es das Vieh ist, ne, und dann hat er noch irgendwie einen kleinen Parasiten dabei, die dann noch rauskrabbeln und so, und, ähm, ja, das ist so dieses Wesen, dann plötzlich hast du bei Cloverfield Paradox, den Moment, wo die mit dieser Rettungskapsel auf der Erde landen, plötzlich kommt so ein Vieh aus den Wolken, riesengroß, was dem Vieh aus Teil 1 aber ziemlich ähnlich ist, nur halt ist es viel, viel größer, und das Geile war ja, ähm, der Ehemann von der, von der, eine Frau, ähm, ist ja auf der Erde, und da kriegt das ja alles bitte, und sagt so, nein, die darf nicht zurück, soll die zurück auf die Erde zu diesen Viechern, also da wusste das scheinbar schon, nur wir wissen es nicht, die lassen uns als Zuschauer im, im Unklaren, was auf der Erde ist, sag mal, wovon redet der denn jetzt, plötzlich siehst du dieses Vieh hochkommen, und da hab ich Bock drauf, ich will ein Teil 4, wo noch mehr Aliens kommen, so ein bisschen hier, Invasion Battle Los Angeles Style, wo die halt Krieg gegen diese Viecher führen, ich will so richtig krassen Krieg gegen Aliens sehen, da hab ich Bock drauf, äh, ich würde gerne noch, äh, ja, und ich will noch irgendwas wissen über diese japanische Firma, ich will irgendwas wissen über diesen Chef, der da ist, ich will was wissen, dass der irgendwie einen Skype-Call macht mit dem Typen aus Teil 1, der dann in der Firma arbeitet, dass das irgendwo aneinander greift, ich will, dass es irgendwo zusammenhängt, gibt dir dann irgendwann Sinn ergeben, dass du sagst, aber wäre es beim Japaner nicht sinnvoller, wenn er Jitsi benutzt? Ich will noch Zoom nehmen, jetzt bei Corona, ja, es gibt so viele Programme auf dem WhatsApp, ja, ich würde ja gerne so einen, ähm, Cloverfield-Film im Stil von Godzilla sehen, zur Abwechslung halt eben, einfach mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, das ist ja eigentlich Teil 1, oder? Was? Das ist ja eigentlich Teil 1, das ist eigentlich so ein bisschen Godzilla-Verschnitt. Mh, da geht noch mehr Godzilla-Verschnitt. Dann war doch auf den neuen King Kong was Godzilla, da hast du ganz viel Godzilla. Ja, wenn der mal kommt. Wir driften etwas ab. Ja. Ich will was über diese Japaner schon mal wissen, ich will mehr über diese, ich will mehr über diesen Stampler wissen, was diese Stamplers da zu tun haben mit dem ganzen Kram. Ähm, es gibt sehr coole, ähm, Theorien, dass halt mit dem, dass diese, diese Viecher ein Sekret ausstoßen, aus dem das Slushie-Eis gemacht wird. Oder Slushie-Eis, das finde ich richtig gut. Hatten wir das nicht erst bei Futurama? Keine Ahnung. Aber ich finde das, wenn eine, eine Lebensmittelfirma für den Untergang der Welt verantwortlich wäre, das finde ich super gut. Das wäre geil. Ja, einfach nur, wir wollten Slushie-Eis machen, gehörte es zur Welt kaputt. Aber lecker Geschmäck, hat sich gelohnt. Finde ich richtig geil. Und, ich möchte nochmal auf das Detail eingehen. Wie gesagt, Teil 1 und Teil 3, wenn du die gleichzeitig laufen lässt, und dass die an dem gleichen Moment, ich meine, es ist wirklich so gut gemacht, in dem Moment, wo die auf dem Balkon da draußen sitzen und es plötzlich alles dunkel wird und explodiert und alles wackelt wie im Erdbeben, dass genau in dem Moment dieser, dieser Reaktor auf der Raumstation plötzlich irgendeine Fehlfunktion hat. Dieses Timing, das finde ich so geil. Da müssen sich wirklich erstmal irgendwelche Nerds hinsetzen und sich das angucken und das rauszufinden. Das ist ja nicht so, dass die nach dem Film sagen, aber übrigens, guckt euch mal die beiden Filme gleichzeitig an. Das macht ja keiner. Ja, das sind so Sachen, die kursieren dann im Internet so und dann wird dann irgendwo gesagt, ey Leute, habt ihr schon gewusst und das finde ich halt so cool. Diese kleinen Details und das ist wirklich diese Mühe, die man sich da macht, das liebe ich so. Das würde ich mir gerne bei allen Franchisers irgendwo wünschen, dass da irgendwo solche Sachen eingebaut werden, die nicht eindeutig sind. Ja, weil wenn man jetzt jeder für das Genre wechselt. Ja, weil da kann man zum Beispiel mal ein bisschen weitgegriffen das Thema Marvel ansprechen, MCU, da werden die ganzen Zusammenhänge so klar und deutlich ins Gesicht gedrückt, dass es jeder Kleinste sieht und erkennt und hier hat man das halt eben so schön mysteriös im Hintergrund eingebaut und da bin ich voll bei dir, also dieser Art Verbindung, davon hätte ich auch gerne mehr Filme dieser Art. Vor allem auch nicht so krampfhaft wie zum Beispiel bei der Conjuring-Reihe, wo du dann so ein Detail siehst und du befürchtest, oh Gott, bitte mach jetzt aus diesen Drehkreisel da im Hintergrund nicht auch einen Film und die Hände schon innerlich über den Kopf zusammenschlägst. Da ist ein bisschen mehr Doppelbödeligkeit dahinter. Das kann man sich erarbeiten, wenn man will und selbst wenn man keinen Bock drauf hat, hat man da eine gute Zeit, wenn man sich die drei Filme unabhängig voneinander anschaut. Und so geht Filme machen eben. Ja, genau. Sehr geil. Und die sind auch nicht so extrem lang, das heißt ungefähr anderthalb Stunden im Durchschnitt. Der eine mal zehn Minuten länger, der andere zehn Minuten kürzer vielleicht. Also ist schnell durchgeguckt, ist kein Herr der Ringe. Oder drei Cloverfield-Filme sind quasi ein längerer Herr der Ringe. Drei Cloverfield-Filme sind ein Extended Cut von Herr der Ringe. So ungefähr, genau. Von daher ist es kein tagefüllendes Thema. Man kann die sich schnell hin und weg gucken. Klare Empfehlungen von mir. Ich habe mich gefreut, hier darüber sprechen zu können, weil es einfach echt eine coole Thematik ist. Und ich freue mich auf Teil 4. Es gibt schon Berichte, dass es Teil 4 geben soll, dass es da kommen wird. Von daher bin ich mal gespannt, was es diesmal für ein Genre sein wird. Vielleicht irgendwas. Vielleicht ein Comedy oder vielleicht ein Drama oder irgendwas. Vielleicht ein Musical. Wer weiß. Was da anders noch kommt. Wir können ja jedes Genre nur abarbeiten. Oder ein Pixar-Film. Ja, noch besser, genau. Oder ein Trickfilm, ein Anime. Wir wollen ja über die Thema Japan sprechen, ne? Wie geil wäre das denn bitte? Einfach nur ein nächster Teil. Einfach nur ein Anime, der in Japan spielt. Ey, das ist doch die geileste Idee überhaupt, Leute. Ey, das ist doch mal ein Pitch, oder? Wollte ich sagen. So, und ich würde sagen, damit können wir das Ganze auch beenden hier. Lieber Werner, lieber Patrick, äh, Patrick, ich danke euch für eure Zeit. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Patrick war sogar richtig, aber ja, gerne. Das ist wirklich ein geiles Universum mit so vielen kleinen Details, die so versteckt sind, dass ich einfach sage, ah, darüber will ich gerne mal sprechen. Ja, möchte ich noch was sagen, möchte ich noch abmoderieren, dann haut's raus. Ich möchte nur Danke sagen bei euch beiden. Cool, dass ihr hier wart. Hat eine Menge Spaß gemacht. Allen Zuhörern, schaut euch die Filme an. Die sind auf Netflix und auf Prime verfügbar. Also, ja, viel Spaß dabei. Haut rein. Cooles Schlusswort. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschau. Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können, auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt's Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.